So, und damit begrüße ich euch recht herzlich, oh Gott, ihr seht meine Maus wieder, das darf ich nicht vergessen, zu Yu-Gi-Oh! and the Sacred Cards, Yu-Gi-Oh! die heiligen Karten. Das ist ein altes Gameboy-Spiel, und ja, wir schauen uns das heute gemeinsam an. Äh, wie heißen wir denn? Wir heißen Wolf. Es ist, glaube ich, das erste Story-Yu-Gi-Oh!-Spiel. Also, wie weit es sich an die Regeln hält und alles, das werden wir noch sehen. Das Turnier in Battle City ist heute, Wolf. Guten Morgen, Wolf. Ist dein Deck fertig? Hey, mein neuer Deck ist was ganz... Der Deck? Joey! Äh! Mein neues Deck ist was ganz Besonderes. Es hat lang gedauert, aber die Mühe hat sich gelohnt. Wolf, hast du einen guten Deck? Es ist das Deck, Joey! Mach dich nicht direkt nach dem Start unsympathisch. Äh, nee, ich hab kein gutes Deck. Was? Soll das ein Witz sein? Reiß dich zusammen! Noch ist Zeit, stärke deinen Deck... Deinen Deck hindurch die Duelle. Es ist das Deck. Jogi, nicht du auch noch. Okay, fangen wir an. Nur keine Verzögerung. Okay, ich... Möchtest du speichern? Ja, möchte ich. Okay, speichern noch über so ein PC. Alles klar, ich bin mal sehr gespannt. Das gefällt mir aber nicht, dass ich nur an... Ah. Der Status Stamm. Okay. Stamm. Äh. Äh. Es gibt eine Deckkapazität. Seht ihr das oben? Wartet mal. Ihr seht doch meine Maus. Hier. Deckkapazität. Was soll denn der Quatsch? Und was Stamm ist, weiß ich auch nicht. Achso, das sind wahrscheinlich alle Karten, die ich haben könnte, die es gibt. Aber nicht alle, die ich habe. Okay. Okay, Wasser, Kosten, Angriffspunkte kann ich hier so durchswitchen. Ich weiß nicht, was Kosten sind. Aber ich denke mal, wir bleiben erst mal beim Standard-Deck und schauen mal, was die so zu uns sagen, wie das jetzt abläuft. Wie gesagt, es ist das erste Story-Spiel, was es von Yu-Gi-Oh! gab, so richtig. Vorher hat man nur quasi wahllos auf irgendwelche Gegner eingeprügelt. Und jetzt geht es hier mit Battle City an die Story. Und wir schauen mal, ob das ein gutes Spiel ist oder nicht. Das wird jetzt anfangs wahrscheinlich erst mal alle im Wechsel mit Pokémon Trading Card Game kommen. Heute kommt es mal statt Pokémon Trading Card Game. Und dann schauen wir einfach mal. Schau mal, da vorne sind schon alle versammelt. Sieh dir nur mal all die harten Duellanten an. Oder vielleicht kommt es auch täglich. Weiß ich noch nicht. Wow, das ist spannend. Jeder Duellant hat eine Locator-Karte erhalten. Siege andere, um ihre Locator-Karts zu bekommen. Mit sechs Locator-Karts bekommst du die Karte für das letzte Duell. Diese Locator-Karts können der Einsatz im Duell sein. Mit anderen Worten, nur wenn du Duelle gewinnst. Und die sechs Locator-Karts bekommst, darfst du zum Finale antreten. Das Turnier beginnt um exakt 9 Uhr. Na dann, Duellanten. Verteilt euch über die Battle City. Endlich, es fängt an. Na und ab. Sogar wir sind von Duellant Rivalen. Versucht durchzuhalten, Yugi. Versucht durchzuhalten, Yugi und Wolf. Klar. Gebe auch mein Bestes. Lass dich nicht unvorbereitet erwischen. Juri, auch du solltest vorsichtig sein. Aha, mach dir keine Sorgen um mich. Wenn du alle Karten hast, treffen wir uns wieder. Wir sehen uns am Spielzeugladen meines Großvaters. Okay, das machen wir. Ich brech dann auf. Und ihr beiden schlagt euch bis ins Finale durch. Bis später. Ich hab gehört, dass einige Duellanten alles riskieren, nur um ein paar seltene Karten zu sammeln. So viel Ehrgeiz ist zu viel für mich. Ups, das Turnier fängt gleich an. Ich würde hier lieber nicht so einfach rumlaufen. Bei einem guten Duellanten bist du leichte Beute. Begasus wurde im Duellist Kingdom besiegt. Sein Bezwinger Yugi Muto ist hier. Ich wette, er ist angstelflößend. Sollte besser aufpassen. Okay, wir... Oh, das ist Mai. Du warst doch vorher mit Joey Wheeler zusammen. Ich werde beweisen, dass ich die beste Duellantin bin. Ich werde dieses Turnier gewinnen. Pass auf. Und ich mache Joey Wheeler und Yugi fertig. Fuh, 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 fuh. Ist okay. Oh Gott. Gefällt mir nicht, dass es hier so groß ist. Aber hier scheint nichts zu sein. Und hier kann ich auch nicht weitergehen. Ach, Marco ist auch hier. Im Duellist Kingdom verlor ich gegen Yugi und Co. Diesmal wird es anders. Ich hole mir das Preisgeld und kaufe mir ein Boot. Mich hält niemand auf. Ja, das ist ja, glaube ich, so eine Version, die schlimmer gemacht wurde. Sein Vater... Also er wollte ja, glaube ich, im Anime, in der amerikanischen und in der europäischen Version, seinen verlorenen Vater finden. Oder teilweise war der auch tot. Und im Manga wollte der, glaube ich, einfach nur Geld für ein Boot haben. Da wollte er einfach nur Geld für ein Boot gewinnen. Also, ja. Bis zum Turnier ist der Zugang zum Gebiet verboten. Alles klar. Na, Tristan. Hey, Wolf. Weißt du, wie du jemanden herausforderst? Wenn dich duellieren möchtest, drück die R-Taste. So forderst du jemanden zum Duell heraus. Du bist etwas feuerlich, Wolf. Warte bis 9 Uhr. Okay, dann speichere ich nochmal. Ich habe immerhin den Weg zu unserem Haus zurückgefunden. Und Tristan bewacht unser Haus zusammen mit dem Hund. Kann ich den Hund zum Duell fordern? Nein. Ach, Weevil ist auch hier. An den komme ich bloß nicht ran. Du bist doch Jurgis Kumpel. Gib ihm eine Nachricht von mir. Diesmal erledige ich dich richtig. Hier, hier, hier. Ah. Sehr. Machst du wieder Leute fertig? Hast du schon gegen andere gekämpft? Nein. Hallo, willkommen. Der Laden ist noch nicht offen. Oder ist noch etwas, das ich dir sagen sollte? Um andere herauszufordern, kannst du die R-Taste drücken. Das ist sehr wichtig. Vergiss es nicht. Ich habe R gedrückt, aber sie will nicht mit mir kämpfen. Bei uns ist es auch da. Hi, hi, hi. Dieses Turnieren. Ich werde es ihnen zeigen. Ich werde alles gewinnen und alle demütigen. Mein Geisterdeck wird sie am Boden zerstören. Okay, ich nehme an, bis 9 Uhr haben wir die Möglichkeit, hier einmal durch die Stadt zu laufen. Hey. Sie sind alle in die Stadt geeilt. Aber ich bleibe hier. Mein Dinosaurierdeck muss ich nicht verstecken. Für meine Decks und Heimigkeiten nicht. Wenn ich einfach mal so einen Typen stehe... Boah, da war Insektor Hager. Er ist der frühe japanische Meister. Das war wieviel Underwood im Deutschen. Das sind auch noch andere berühmte Duelanten hier. Ganze Menge sogar. Ich werde ganz sicher aufgeregt. Immer mit der Ruhe. Ja, ja, ja. Okay, die wollen alle noch nicht. Wir sollten auch ein paar Karten gewinnen. Ja, wie denn? Keiner will mit mir spielen. Jetzt auf dem Friedhof. Okay, da werden wir wahrscheinlich Bones treffen. Muss ich mit jedem berühmten Duelanten hier in der Stadt einmal geredet haben, oder was? Du bist kein berühmter Duelant. Ja, ja. Ja, das sind jetzt alles so 0815 Standardtexte. Okay, Großvater liefert sich keine Duelle mehr. Aber wo habe ich denn jetzt noch nicht mit jemand Wichtigem geredet? Ah, nachdem ich mit ihr... Okay, ich muss die alle einmal herausfordern. Hey, ich hasse helle Orte wie diesen. Ich warte lieber an einem dunklen Ort auf dich. Bis dann. Ah, verstehe. Hey, warum so ungeduldig? Das Turnier hat doch noch nicht einmal begonnen. Also am nächsten Treffen verputzen werde ich. Okay, ich verstehe. Jeden von denen einmal herausfordern. Warte, warte, es ist noch nicht so weit. Wir sehen uns in Battle City wieder, Bruder. Okay. Es ist noch kein neun Uhr, Wolf. Sollte jetzt auch gehen. Viel Glück, Wolf. Okay. Ja, aber warte. Wenn die Zeit reif ist, kämpfe ich. Aber nur mit coolen Gegnern. Das ist reine Zeitverschwendung. Okay, habe ich jetzt mit jedem geredet? Kann ich die anderen jetzt treffen? Offensichtlich nicht. Habe ich mit Thea nochmal? Nein, ich... Niemand will mit mir spielen. Das ist wie im echten Leben. Thea aus dem Weg. Irgendwen habe ich noch nicht herausgefordert. Hier oben. Tristan nochmal. Ich gehe nochmal spüren. Ich bleibe jetzt zu Hause. Niemand spielt mit mir. Da kann ich ja rechts durch. Nee, ne? Nee. Da muss ich jetzt vielleicht mit denen reden. Nee. Da ist der Zutritt verwehrt, bis das Turnier anfängt. Cyber Corporation liegt dahinter. Eintritt verboten. Verzieh dich. Das ist aber, wenn ich mir das so angucke, eine relativ kleine Map. Und so schlimmer, dass es irgendwen gibt, mit dem wir noch nicht geredet haben. Ganz offensichtlich. Ach, jetzt geht's los. Muss bloß nochmal überall sein. Hey, es geht los. Okay, packen wir's. Mich besiegt keiner. Ich weiß auch nicht, wie lange das Spiel geht. Ich glaube, das ist gar nicht so lang. Ja, ja, ja. Wird auch Zeit. Oh, warte, Joey Wheeler. Ich bin der Duel King. Und hier werde ich es beweisen. Schön, dass jeder nochmal durchs Bild lauft. Okay, das heißt, jetzt geht's wirklich los. Oh, One-Tour-Platz. Kunst. Wow. Einfach nur Kunst. Kartenladen. Willkommen. Wir haben eine gute Auswahl an Karten. Halt dich für ein Gerücht, der Kartenladen ist leer. Ah, hier kann man Passwörter eingeben, wenn man echte Karten hat. Ich habe ein paar Karten hier. Sogar alte. Die könnten da tatsächlich funktionieren. In die Toilette dürfen wir nicht rein. Weil aufs Klo gehen ist für Anfänger. Du kannst das Spiel daheim speichern, Wolf. Blick zum PC und drück den A-Knopf. Kann ich einfach mit so irgendeinem jetzt mal ein Duell machen. Duell mit mir, na gut. Aber ich bin nicht sehr stark. Find ich gut. Veränder das Spiel mit einer Antikarte. Was ist denn eine Antikarte? Nehmen wir es mal. Er geht nicht. Die Karte darf wohl nicht im Deck sein. Bin etwas verwirrt. Achso. Die Antikarte ist wahrscheinlich eine, die ich setzen muss. So, ich setze diese Karte. Du bist an der Reihe. Maskenkonstrukt ist ein Ritual. Okay, ich fange erst mal mit. Da muss ein Tribut bezahlt werden. Na gut. Greife ich halt damit an. Zugänder. Oh, das sind doch diese ganz alten Schinken. Äh, Tribut. Jetzt darf ich den da rufen. Also das hier sind wirklich ganz alte Schinken, die wir hier spielen. Ich glaube, hier gibt es sogar noch Typvorteil. So alt ist das. Das ist aber, äh, es hat tatsächlich normale Yu-Gi-Oh! Regeln. Also es ist, wenn ich jetzt nochmal eine Karte, ah ja, Zauber- und Fallenkarten dürfte ich jetzt noch spielen. Es ist tatsächlich etwas neuer als, äh, Forbidden Memories, was wir gespielt hatten. Aber halt nicht neu. Wer sich noch an Forbidden Memories bei mir erinnert, habe ich mit Pash zusammengespielt. Gleich haben wir einen. Also gut, so ein 0815-Typ auf der Straße, der kann halt nix, ne? Den können wir sogar mit unserem Kackdeck besägen. Die Kapazität deines Decks ist um 5 gestiegen. Du hast 475 Dominos erhalten, okay. Und du hast Dunkelgrau gekriegt. Achso, so eine Ziege. Okay, ich habe verloren. Aber als Yu-Gis Freund musst du ja stark sein. Moment, kann ich jetzt mein Deck ändern? So, das schmeiße ich jetzt raus. Und jetzt gehe ich zum Stamm. Und schmeiße jetzt was stärkeres rein. Zum Beispiel Dunkelgrau. Die Übersetzung ist kacke. Und okay, je stärker die Karten in unserem Deck sind, desto mehr Kapazität verbrauchen wir. Okay, kämpfen wir. Und dann setze ich jetzt einfach mal so einen Totenkopfdiener. Das ist eine niedrige Antikarte. Ich weiß halt nicht, was eine Antikarte ist. Bestimmt, dass wir anfangen darf, oder was? Okay, angreifen darf ich nicht. Zug ändern. So, dann aktiviere ich jetzt meinen Topf der Gier. Also, nee, der ist verdeckt. Okay. So, ja. Na, das ist gut. Und König von Yamimakai. Nee. Der sieht aus wie der König von Yamimakai. Ist er aber gar nicht. Hier. Das ist nämlich ein Sandstein. Okay. Da wäre mit Yu-Gi-Oh!-Regeln nicht vertraut ist. Das hier hat wenig mit Yu-Gi-Oh! zu tun. Man kann pro Zug ein Monster rufen. Man darf so viele Zauber- oder Fallenkarten, wie man will, verdeckt spielen. Oder muss die Lebenspunkte des Gegners auf Null bringen. Nämliche Tribut, ne? In diesem Spiel hier darf man offenbar so viele Karten spielen, wie man will. Man darf aber pro Zug nur eine Karte ziehen. So. Angriff. Und Angriff. Also Standard Yu-Gi-Oh!-Ding. Zumindest da sind sie normal. Man kann in Angriffs- oder Verteidigungspositionen spielen. Angriffspositionen, Monster können angreifen. Verteidigungspositionen, Monster nicht. Aber wenn man ein Monster in der Angriffsposition zerstört, kriegt der Gegner die Differenz der Punkte als Schaden. Dementsprechend lohnt sich's in der Verteidigung zu spielen, wenn man weniger Schaden haben möchte. Was jetzt für uns in dem Fall egal ist, weil das ist ein relativ schwacher Gegner. Den können wir auch so besiegen mit unseren wirklich Kack-Karten, die wir hier haben. 70 Domino, ja, und Holograph. 1100 für 3 Sterne. Im Vergleich zu dem, was wir haben... Äh, gar nicht schlecht. Zacht, da hab ich wohl verloren. Also ehrlich, im Vergleich zu dem Takt, den wir hier spielen können... Ja, der da. Raus damit. So, wo... Wo ist Holograph, den wir gerade gekriegt haben? Hä? Warum darf ich den dem Deck nicht hinzufügen? Ich hab doch noch Kapazitäten frei. Das darf ich. Warum dürfte ich den denn nicht? Ist da irgendeiner ne Ahnung von? Das ist eigentlich mein Status. Ich hab eine Locator-Card. Achso, ja klar, die hab ich ja von Start an. Vielleicht frisst der richtig fett Kapazität. Bruder. Der gegen jeden anderen, komm schon. Locator-Card hast du ja keine, also. So, mein Kleberhaus. Und spiel ich mal ein nicht ganz so starkes Viech. Falls will ich eh gleich wieder opfern. Die sind ja hier alle ziemliche Flaschen. Aber wir müssen halt am Anfang erst mal ein bisschen was aufbauen, dass wir hier stärker werden. Weil ihr seht ja nicht mal das eine Vieh konnte ich reinpacken. Obwohl das tatsächlich im Vergleich zu dem, was wir hier haben, gar nicht so schlecht ist. Man merkt halt, das Spiel ist alt. Aber lasst euch davon nicht abschrecken. So ein kleiner Nostalgie-Faktor schadet uns nicht. Wir fürchten nur, das Spiel ist sehr kurz. Aber gut, es ist das erste Story-Game. Ich werd auch noch andere machen. Okay, also. Es hat halt diese alte Funktion, dass man wirklich Tribute anbieten muss, da wo man sie findet quasi. Du hast 95 Domino erhalten. Und ein Megaschallauge. Ah, braucht aber auch ein Opfer. Eine Killer-Maschine aus den Weiten des Weltraums. Autsch, das Duell hab ich verloren. Ah, mit Drax will ich noch nicht spielen. Nein, ich hab genug. Okay, aber nicht weinen, wenn du verlierst. Okay, er fängt jetzt halt mit einer Angriffsposition an. Allerdings keiner besonders starken. Und jetzt verliert er Lebenspunkte. Seht ihr? Ja, da sind wir mit 800 noch relativ gut. Uh, ein Monster, das zwei Tribute braucht. Ich find's auch ein bisschen komisch, dass man nicht einfach sagen kann, du möchtest diese Monster spielen, welche Monster darfst du als Tribut anbieten? Sondern, dass du hier wirklich sagen musst, ich geh aufs Feld, ich tribute meine Monster und dann darf ich erst was spielen. Aber 2300 ist eine starke Karte. Also eine sehr starke Karte für unsere Verhältnisse, muss man sagen. Aber eine starke Karte. Muss man diese ganzen 300er Monster austauschen gegen irgendwas Anständiges. Weil das ist ja nix, nicht mal 500 Angriffspunkte. Und keine Effekte, das kommt noch erschwerend hinzu. 83 Domino und Einbrecher bekommen. Ja, der ist okay, ne? Hey, da drüben ist Rex Raptor, vielleicht kannst du ihn besiegen. Das glaube ich nicht mit diesem Kackdeck. So, dann schmeißen wir mal irgend so was richtig doofes raus. Wo waren die Fee? Wir hatten doch gerade eine Fee mit 0 und 100 Punkten. Hier. Unglückliche Jungfer. Raus. Stamm. So, jetzt zeig mal her. Das sind alles Viecher, die ich reintun darf. Bei keinem beschwert er sich. Wo war denn unser Cyber? Die Bilder sind so richtig schön pixelig, dass man nichts erkennt. Ah, jetzt bin ich bei Karten, die wir nicht besitzen und wahrscheinlich auch nie besitzen werden. Kann man die irgendwie sortieren? Naja, mit Select auf jeden Fall nicht. Mit Select? Doch, mit Select sortiert man irgendwie um. RF, M, G, K, S, ST, Stufe vielleicht? Nummer. NM ist, glaube ich, die Standardformatierung. Guck nochmal. Da ist er doch. Warum kann ich den nicht ins Team tun? Warte mal. Ich kann doch hier irgendwie irgendwie umswitchen. Kosten 100 und 3. Das wäre doch drin. Warum darf ich den denn nicht reintun? Das ergibt für mich halt keinen Sinn. Weil 103, da hätten wir locker den Platz gehabt. Was, du willst mit mir aufnehmen? Na dann los. So was, dann setze ich den jetzt einmal als andere. Ich nehme an, das ist dann so die Preiskarte. Und wenn ich das gemacht hätte, würde ich den vorlassen, also den zu, den anfangen lassen, der die höhere Preiskarte spielt. So, jetzt spiele ich mal das Viech. Weil das kann ich dann nächste Runde opfern. Und da die Typen hier eh nichts anderes machen als verteidigen, oder vielleicht musst du für gute Karten erst einmal gewonnen haben. Vielleicht darfst du erst bessere Karten reinschmeißen, wenn du zumindest einmal gegen einen normalen Duelanden irgendwas gewonnen hast. Und nicht gegen diese Leute, die ihre Karten nur irgendwie zusammengefunden haben, weil es sie waren, die sonst keiner wollte. So, die Ohren ein bisschen. Warum hat das mein Vieh auch instant gekillt? Vor allen Dingen aus der Verteidigung kann man nicht einfach töten. Ich finde es auch super, dass das Ding hier kein Tutorial oder irgendwas gibt. Okay, es gibt wohl Typ-Nachteile und die sind so stark, dass sie einen instant killen können. Zweimäuliger dunkler Herrscher Kosten 72, ja. Ah, kann ich. Sehr, und ich dachte, ich hätte eine Chance. Okay, los geht's. Wahrscheinlich auch je... Ah, doch, ich kann Effekte aktivieren, wenn ich welche hätte. Jo, das wollte ich nicht. Shit, ja. Man kann auch Karten einfach ablegen. Ich habe meine Schlange kaputt gemacht. Kann ich auch angreifen und dann als Tribut anbieten? Ne. Okay. Also, ich muss mich hier in dieses Spiel erstmal ein bisschen einbinden. Dann greife ich eigentlich mit dem starken Vier. Ich glaube wirklich, je höher die Karte ist, die man die man hier anbietet, desto besseres Zeug kriegt man. Andererseits, wir haben dieses 1100er Vieh, das uns verboten wird, mitzunehmen aus Gründen. Warum auch immer wir einen Ritualzauber haben, aber nicht das Ritualmonster dafür. Oder warte mal, kann ich das einfach mal... Zwei Tribute. Ich möchte das einfach mal probieren. Was, wenn ich die... Okay, die kann ich trotzdem nicht aktivieren. Ja, schön. Dann habe ich jetzt einfach zwei Monster für gar nichts geopfert. Scheiße. Das wollte ich nicht. Ha! Wolf, konzentrier dich. Hör auf, Monster einfach zu opfern, die du noch brauchst. Finde ich auch lustig, dass man Monster einfach weglegen kann. Ich glaube, den Typen bekämpfen wir nochmal. Der muss ja denken, wir sind ein Idiot. Wir sind ein Idiot, aber nicht so schlimm, wie er jetzt von uns denken wird. Das haben wir aber gefunden. Trotz aller Unannehmigkeiten. Wohl, das passt. Meine Maske darf ich nicht aktivieren, aber wir haben jetzt der erste Gegner, gegen den wir Schaden genommen haben, wegen meiner Dummheit. Monsterschildgröße. Auch nicht gut. Hey, was hast du gesagt? Dass wir verschwiegen, wie stark du bist. Kann ich dich nochmal bekämpfen? Aber ich bestimmt nie wieder. Okay. Okay, liefern wir uns ein Match. Okay, letztes Match für heute. Okay, die hatten Fähigkeit. Details. Die Schattenmonster stärken und Lichtmonster auf dem eigenen Feld schwächen kann. Okay, das heißt, Finsternismonster werden verstärkt, wenn ich ihren Effekt aktiviere. Verstehe ich das richtig? So, das da ist ein Lichtmonster. Das nützt uns natürlich jetzt in der Kombination nichts. Außerdem wird das einfach getötet. Weil ist so. Hä? Also, Pflanzenmonster sind Licht- oder Windmonster überlegen. Verstehe ich das richtig? Verstehe ich das richtig? Und vor allen Dingen Dämon. Dämon ist kein... Okay, ich kann ihren Effekt auch gar nicht aktivieren. Weil... Achso, Dunkelheit ist nochmal was eigenes als Dämon. Hä? Das sind nicht die... Bei dieser Falle handelt es sich um ein... um, äh... Haus der Klebestreifen. Magier des Glaubens verschwindet. Ja, gut. Weil er halt ein Monster mit niedrigen Punkten in die Angriffsposition gerufen hat. Jaja. So weit, so richtig. Interessant, dass ich nicht selber entscheiden kann, ob ich die Karte aktiviere. Wenn die das sagen, dann heile ich halt 200 HP, spiele nochmal ein Monster und gewinne das Duell. Okay. Schnabelschlange. Ich hab verloren. Oh, welche Enttäuschung. Ich... Es wird mich halt wirklich interessieren, warum ich meine eine Karte noch nicht ins Deck packen kann. Das wird mich interessieren. Aber Leute, wie ist euer erster Eindruck von dem Spiel? Also meiner ist, es ist ein wenig verwirrend. Ich werde mich nochmal einlesen, welche Typen gegen welche Typen effektiv sind und warum die so eine Instant Zerstörungswirkung haben. Das erzähle ich euch dann im nächsten Part. Würde mich freuen, wenn es euch interessiert hat. Und ja, ihr lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, nettes Kommentar und wir sehen uns wenn es weitergeht mit Yu-Gi-Oh die heiligen Karten. Bis dann, euer Wolf.